Hallo, ihr seid jetzt am 25.09. beim MSV Böblingen beim Showflugtag. Hier ist das Programm schon voll im Gange und ich kann nur sagen, wer nicht da ist, verpasst wirklich einiges. Das sieht man hier aus aktuelles hier. Und dann landet ihr was selbst sauber auf. Oh, das geht ein bisschen, aber kein Problem. Ja, wir haben den Applaus. Ich wünsche ihr Glück, Sarah, in der 30. Ja! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020